Der neue Passat Mobil TV 22. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Der VW-Händler Strasser das Autohaus informiert euch ausführlich und ab sofort ist er bestellbar. Die 9. Passat-Generation, Einstiegsversion mit umfangreicher Ausstattung. Eine Cockpit-Landschaft der nächsten Generation mit großem Display und selbsterklärender Menüstruktur folgt dem Feedback der Volkswagen-Kunden. Das Modell überzeugt mit einem neuen Aerodynamik-Design hoher Qualität und neue Effizienzantrieben. Die Auslieferung des neuen Passat, der ausschließlich als geräumiger Variant angeboten wird, beginnt im ersten Quartal 2024. Der Passat gehört mit bislang mehr als 34 Millionen verkauften Exemplaren zu den Bestsellern der Marke Volkswagen. Neue VW-Doppelspitze in der Mittelklasse mit dem Passat und dem ebenfalls neuen reinelektrischen ID.7 IV hat Volkswagen künftig zwei hochmoderne Baureihen in der volumenstarken Mittelklasse im Programm. Der neue Passat deckt dabei das komplette Spektrum der Benzin-TSI, Diesel-TDI, Mil-Hybrid, ETSI und Plug-in-Hybridantriebe E-Hybrid ab. Mit bis zu 100 Kilometer elektrischer Reichweite und einer DC-Schnellladefunktion werden die optimierten E-Hybridmodelle eine Brücke zur E-Mobilität schlagen. Mit bis zu 100 Kilometer elektrischer Reichweite und einer Schnellladefunktion werden die optimierten E-Hybrid-Modelle eine Brücke zur E-Mobilität schlagen. Konzipiert für alle Autofahrer, die auf der Kurz- und Mittelstrecke elektrisch und unterwegs sein möchten, aber große Distanzen ohne Ladestopp zurücklegen wollen, erstmals in dieser Modellreihe eingesetzten Mild-Hybridantrieb 48V Technologie ausgestattet. Zusätzlich im Angebot 110 kW, 150 PS, starker 2 Liter TDI ab 48.495 Euro mit umfangreicher Serienausstattung. Die Firma Strasser das Autohaus mit ihren qualifizierten Verkäufern bietet euch eine ausführliche Information an. Und zeitnah präsentieren wir die erfolgreichen E-Motorsport-Modelle, denn Tom Christensen trifft Matthias Ekströ, Stefan Peter Hansl und Carlos Sainz. Diesen Bericht präsentierte euch das Autohaus Strasser in St. Gertraudi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017